Alles Liebe zum Hochzeitstag, Schatz. Ich weiß, dass es zwischen uns schon lange schlecht läuft. Und das tut mir leid. Ich weiß auch, dass eine blöde Überraschung nicht alles einfach wieder gut werden lässt. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Besterste Tod uns scheidet. Haube! Ich muss zugeben, es überrascht mich, dass du es bis hierhin geschafft hast. Bevor wir nach Hause fahren, habe ich noch eine letzte Überraschung. Herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag, Schatz. Wir gehen nicht, bevor wir den Safe geöffnet haben. Diese Diamanten sind die Entschädigung. Wir teilen uns die Diamanten. Lass uns abhorchen. Nur zwei Menschen kennen die Kombination des Saves. Der Typ, der uns angeheuert. Ich suche das Mädchen. Wahrscheinlich ist sie schon weit weg. Sie wollte uns ablenken, weil sie immer noch im Haus ist. Keiner wird mehr verletzt. Ich erwarte, dass du schreist. Hilfe! Bitte, bitte nicht! Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. So ein perfektes Paar. Ich werde mich von dir befreien. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Wenn wir den Namen Megan Fox hören, dann denken die meisten wohl unweigerlich an einen Filmfranchise. Und zwar Transformers von Michael Bay. Aber sind wir mal ehrlich, nach diesem Durchbruch durch die Transformers-Filme hat man nicht wirklich irgendwas Spektakuläres von Megan Fox gehört. Natürlich, sie hat noch Jennifers Buddy gemacht. Sie hat hier und da ein paar Nischenfilme gemacht. Sie hat hier und da in einer TV-Serie mitgespielt. Aber der richtig große Durchbruch ist meiner Meinung nach nicht wirklich vonstatten gegangen. Aber dennoch kennt jeder Megan Fox. Und sie ist natürlich immer noch im Film-Business unterwegs. Sie ist immer noch als Schauspielerin aktiv. So auch vor kurzem hat sie in einem Film mitgewirkt namens Till Death. Dort spielt sie Emma, eine verheiratete Frau, die nicht wirklich glücklich in ihrer Ehe mit ihrem Mann Mark ist. Da ist so ein bisschen der Wurm drin. Das liegt aber auch wohl an Emma selbst. Denn sie hat ihren Mann mit einem Partner aus der Kanzlei betrogen. Wo andere jetzt direkt sagen, okay, das ist ein absolutes No-Go. Diese Beziehung geht den Bach runter. Wir müssen das Ganze beenden. Da arbeiten Emma und Mark irgendwie noch an dieser Beziehung. Sie wollen das Ganze irgendwie retten. Sie wollen alte Liebe wieder aufflammen lassen, wie man so schön sagt. Und deshalb sind sie an ihrem Hochzeitstag auch in einer abgelegenen Seehütte, abgeschottet von der Außenwelt. Es gibt viel Champagner. Das Haus läuft über von Rosenblättern. Es gibt romantische Musik, einen romantischen Abend. Und es scheint so, als würden sie sich wirklich wieder versöhnen. Aber all das ist nur ein kranker Plan von Mark, um sich an der Untreue seiner Frau bzw. an seiner Frau für ihre Untreue zu rächen. Denn am nächsten Morgen wird Emma wach und sie ist mit Handschellen an ihren Ehemann gekettet. Und dieser nimmt sich vor ihren Augen das Leben. Und bevor er das Zeitliche gesegnet hat, hat er noch zwei Auftragskiller beauftragt, die hier ins Haus eindringen. Und Emma muss nun ums Überleben kämpfen. Als ich mir den Trailer zu Till Death damals angesehen habe, muss ich sagen, hat mich das Ganze nicht so 100% überzeugt. Ich war noch nicht wirklich davon überzeugt. Den Film muss ich jetzt unbedingt sehen. Aber hat mir dann im Nachhinein auch nochmal die Story so ein bisschen durchgelesen. Hab den Film jetzt gesehen. Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Ich habe es nicht bereut, diesen Film zu sichten. Denn er baut einen Spannungsbogen auf. Er fesselt den Zuschauer irgendwie permanent an sich. Man ist gebannt. Man fiebert mit der Protagonistin mit. Wird sie das Ganze überleben? Wenn ja, wie wird sie es überleben? Wie will sie das alles schaffen? Entkommt sie diesen Auftragskillern? Wird sie geschnappt von diesen Auftragskillern? All das sind so Faktoren, die einem permanent in diesem Film durch den Kopf gehen. Also der Film packt den Zuschauer. Der Film macht Spaß. Man hat hier wirklich einen guten Survival-Thriller, will ich es mal nennen. Und hat aber hier und da natürlich auch umsetzungstechnisch, auch von der Story her, vom Verhalten der Charaktere, ein paar Schwächen. Das muss man natürlich auch sagen. Gerade Megan Fox. Man kann ihr nicht die übergroße schauspielerische Leistung erwarten. Sie macht ihre Sache solide. Aber hier und da muss ich auch sagen, das kaufe ich ihr nicht so ganz ab. Gerade diese Entwicklung von dieser Ehefrau, die in den Eheproblemen ist, die sich plötzlich zu dieser toughen Frau entwickelt, die jetzt ums Überleben kämpft und die dem bösen Buben irgendwie den Garaus machen will. Das war mir alles so ein bisschen zu schnell, zu oberflächlich vom Ablauf her. Ich hätte mir da ein bisschen mehr Tiefgang erwartet, dass man das diesem Charakter viel mehr abkauft, dass das ein bisschen realistischer rüberkommt. Auch dieses Emotionale, wenn sie Leute verliert, die ihr nahe stehen oder wenn sich ihr Ehemann halt vor ihr das Leben nimmt. Dieses Emotionale, das hat mich da nicht so gepackt. Das war nicht so überzeugend. Aber ansonsten hat er für mich im Großen und Ganzen mitgerissen und hat Spaß gemacht. Und bekommt deshalb von mir wegen diesen kleinen Schwächen nur vier von fünf Punkten. Also doch noch eine recht hohe Bewertung. Denn er hat mich wirklich überrascht. Und man kann sich den Film auf jeden Fall mal ansehen. Ist auch ein bisschen was anderes, wenn man Mac and Fox halt nur aus diesen Filmen wie Transformers etc. kennt. Oder Jennifers Buddy, der zwar auch schon eher in die blutige Richtung geht, aber dann doch noch ein bisschen witziger war. Hier haben wir so wirklich einen knallharten, blutigen Thriller, wo sie ums Überleben kämpft. Und das hat dann doch schon wirklich Laune gemacht. Der Film, der wurde mir von Eurovideo über Vollkontakt zur Verfügung gestellt. An dieser Stelle recht herzlichen Dank. Den Film gibt es schon seit 9. Dezember auf Blu-Ray, DVD. Natürlich kann man ihn auch als Video on the Mars streamen. Ich bin ein bisschen spät dran hier mit dem Video. Aber dennoch, vielleicht hat der ein oder andere den Film da draußen noch nicht gesehen. Ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen. Der Film ist ab 18 Jahren freigegeben. Hat ein paar blutige Momente. Auch gerade die Thematik rechtfertigt. Dass man hier einen Film ab 18 hat. Geht knapp 87 Minuten lang. Und hat bei den Extras leider nicht so viel mit an Bord. Hier haben wir lediglich ein Making-of und einen Trailer mit an Bord. Fällt ein bisschen mager aus. Für eine Standard-VÖ vielleicht aber auch noch okay. Aber wie gesagt, der Film ist ab jetzt im Handel erhältlich. Und jetzt seid ihr gefragt. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Till Death mit Megan Fox in der Hauptrolle schon gesehen habt. Wenn ja, wie findet ihr den Film? Wenn nein, habt ihr jetzt Lust auf den Film bekommen? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wo wir eben gerade von den Extras gesprochen haben, würde mich persönlich noch interessieren, wie ist das bei euch mit Extras bei DVDs und Blu-rays? Schaut ihr euch über die Making-ofs hinaus noch Extras an? Oder sagt ihr nein? So ein Trailer und ein Making-of, das reicht mir vollkommen aus. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, das war es für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle neuen Zuschauer, lasst mir doch sehr gern ein Abo da. Aktiviert dann auch die Glocke, damit ihr kein weiteres Video von mir verpasst. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022 und dann sehen wir uns auch beim nächsten Video. Hoffentlich euer Benni. Ciao. 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 Vielen Dank.